Du bist stärker als ich dachte. Aber das macht gar nichts. Auch für diesen Pfeil habe ich Vorbereitungen getroffen. Was? Schaut gut her. Was geht denn jetzt ab? Oh, Piesch! Was zum... Verbändig! Mario! Wenn ihr euch auch nur einen Schritt rührt, gab es mal eine Prozessin Peach. Was für ein Fieser-Tschieb, Mann! Und nimmt das! Wow! Oh, viel zu stark! Mario! Und nochmal! Toll! Mario! Und Gätebomber? Dann wollen wir uns das wirklich gefallen lassen? Lass uns angreifen! Du, du wagst es dich zu widersetzen? Prinzessin Peach ist dir also völlig egal. Na dann... Wie, was? Hä? Was ist das? Oh, die Stimme kenne ich doch! Bowser! Bowser! Was war denn das? Diese Decke hält aber auch gar nichts aus! Euer Schwerkräftigkeit ist alles in Ordnung? Hä? Oh! Was macht denn ausgerechnet Mario hier? Und sogar Prinzessin Peach ist hier! Ich weiß zwar nicht, was hier vorgeht, aber das ist eine einmalige Gelegenheit! Mario, ich werde dich besiegen! Dann gehören Prinzessin Peach und die Sterne will in mir! Oh Mann! Was will denn jetzt schon auch noch dieser Baute hier? Juhu! Du siehst ein wenig angeschlagen aus, Mario! Heute mach ich dich fertig! Höh? Ich spalte dir mit einer Verschnauspause? Was soll das? Vielleicht ist er ja angeschlagen vom Runterfallen! Gah! Gleich finale ohne Bowser! Und wenn ich dich erledigt habe, wird Prinzessin Peach endlich, endlich mein sein! Das ist ein Ende, Mario! Bleh! Äh, okay! Ähm... Ich bin wirklich fasziniert! Das ist gar nicht gut! Ja, tut mir leid! Ich brauche... Infos! Sonst kann ich hier nicht gewinnen! Oh nein, ich hab dich gespeichert! Sag mir nicht, ich muss gleich den Kampf-Lauman-Mach, wenn ich den verkacke hier! Das ist Bowser! Diese Typen wirst du wohl auch niemals los! Oder ist das Peach, die auf Bowser so anziehen wird? Naja, 70 KP, 7 Angriff, 2 Verteidigung! Ja, war im Gym! Er spuckt Feuer und setzt Stampfattacken oder Bissattacken gegen dich ein! Mit Stampfattacken kann Bowser jeweils einer in seiner Kommandos sperren! Aber natürlich bin ich später noch einige Züge wieder aufgehoben! Aber wir sind Bowser's Bissom-Anschmal ganz schön giftig! Warum Bowser's? Ich hab' gar keine Ahnung! Aber ich fürchte, dir bleibt nichts üblich, was gegen ihn zu kämpfen! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Boah, ich bin tot, oder? Kami greift auch ran! Boah, ich bin heute mal wieder in Best-Forum! Nein, das war ja Heißatmigkeit! Oh nein! Ja, bin durch! Der Lebensbild! Man kennt ihn! Toll! Wuhu! Ey, der Tod hat sich an den Puppen gefreut! Und der Koopa! Und Luigi ist sogar dabei! Ich kann mich glücklich schätzen! Wow, hey! Die Bühne zoomt nach einer Zeit raus! Oh, okay! Ah, ich muss wirklich überlegen, lohnt es sich vielleicht ein bisschen mit der Show-Inlage zu prahlen, oder soll ich lieber versuchen, auf ihn draufzuspringen? Ich würde sagen, ich glaube, ich scanne erstmal Kami, weil ich muss ein bisschen mehr über sie erfahren, um bessere Taktikungen zu strategieren. Das ist Kami Cooper! Eine alte Hexe, die treu an Bause-Seite steht! 50 KP, wow! Die 5 Angriffskraft und keine Verteidigung! Im Kampf verwenden sie eine Menge hinterlistiger Zauber, um dir zu schaden! Unter anderem beherrscht sie auch einen Zauber, der als KP-Plus wirkt! Vielleicht hattest du sie sogar noch vor Big Bowser-Nehmerngel nehmen? Die Arme! Bestimmt hat Kami Cooper oft vorhanden Teil mit Big Bowser! Oder hat etwa Bowser unter Kami Cooper viel mehr zu leiden? Wow, jetzt haben wir hier ganz philosophisch-spetaphorisch, aber egal! Ähm, na gut, dann nehme ich mal deinen Tipp an und greife erstmal sie an! Juhu! Ja, sie hat keine Verteidigung und deshalb macht das schön Damage! Und sie fällt um! Oh, sie kriegt noch was auf den Deckel! Einen Deckel! Haha! Mua! Klapp! Schade! Hätte klappen können! Oh, gute Vergiftung hat nicht geklappt! Das war knapp! Höh! Plus 3 Verteidigung? Ah, okay! Drei Runden lang Plus 3 Verteidigung auf Bowser! Macht nichts! Ich greife ihn sowieso jetzt gerade nicht an! Ich gehe nämlich lieber den Tipp nach! Erstmal Kami Cooper zu besiegen! Oha! Oha, not bad! Ich habe sie mal getroffen! Krass! Ja, sie ist ja der hintere Gegner und ihr wisst ja, ich bin sehr schlecht, wenn ich einen Sprung machen muss gegen den hinteren Gegner, aber jetzt gerade klappt! Hartgut geklappt gerade! Und wir haben jetzt vier Energieleistung voll! Oh! Der will nicht sterben! Komm, Brena! Nein! Oh! Puh! Ähm! Riskiere ich's? Oh, eigentlich sollte ich's nicht riskieren, ne? Eigentlich wär's nicht so klug, dass du es gehst. Eigentlich sollte ich mich heilen mit einer guten Attacke superfit. Füllt BP und KP auf. Das heilt mich ja komplett, ne? Da, 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 da! Aber noch habe ich nicht genug. Ah, wie viel Damage mache ich denn? Oh, oh, not bad, not bad! Sie wird aber nicht down gehen. Ich weiß jetzt schon. Yo! Bingo! Maxi will mal die BP! Ich will das irgendwie, ich glaube, mit Mario eigentlich nicht. Ähm, ähm, ne, ne, eigentlich nicht. Vielleicht habe ich Items, was mir helfen könnte? Ähm, Items. Ich muss halt Gumprina helfen. Hab' ich genug Ultraplätze? Hat nicht mehr so viel, ne? Nehmen wir das paar Mal! Hey, Gumprina! Weißt du noch, ob wir das paar Mal bekommen haben? Jetzt schenke ich's dir. Bitteschön. KP erholen sich kurzfristig. Wie? Sie kriegt keine, kein Heel. Ernsthaft, sie kriegt keine Heel und ich auch nicht? Und sie bufft sich. Erhöhlt zur Angriffskraft mit Giganteneffekt. Was zur Hölle? Das Palmer ist ja richtig lame, Mann. Oh, was macht sie? Nein, nein. Das ist halt das Problem, ne? Es tut mir leid, aber ich muss mich komplett auffallen mit beiden Charactern. Das andere bleibt mir gerade in diesem Moment nicht übrig. Ja, Ultra-Pilz auf dich selbst und mache das Gleiche. Es tut mir leid, aber... Ist das leider das, was ich tun muss. Obwohl ich liebend gerne eigentlich in Angriff gehen möchte, weil sie ja vor allem schon fast tot ist, machen nicht genug damage. Zumindest nicht, wenn beide nicht angreifen können. Und ich bin fast dead und... Es ist safer, wenn ich mich darauf konzentriere. Und schaut mal! Die Heilung, die... Macht ja noch ein bisschen mehr. Oder kann das sein, dass die Heilung jede Runde mehr heilt? Also Runde 1 hat 1. Runde 2 hat 2 und so weiter. Kann das sein? Bin mir sicher, aber es ist wirklich gerade so. Okay, okay, okay! Ich habe noch zwei Leben! Und wissen wir, was ist noch mal ein Erdbeben? Denn das reicht aus und beide... Ja? Ja, sie ist dead! Baust doch noch... Boah! Schön! Eure Kampflütigkeit, vergib mir! Ich! Pfff! Boah! Elektrisch geladen. Oh, eigentlich ganz gut! Und hey, wir können uns gleich mit der Sternenergie heilen. Und jetzt haben wir die fünf Punkte nicht erreicht. Die hätte ich vorher gebraucht. Toll! Habe ich zwei Items verschwendet? Egal, was weiß. Ähm... Was mache ich gegen Rauser? Habe ich da irgendwas Schönes? Sterne gemacht und hat 15 Schaden. Superpfiff würde mich komplett heilen. Ich glaube, ich spare auf den Superpfiff, wenn ich ihn brauche. Und gehe jetzt komplett auf Attack Mode. Oder? Ich denke schon. Oh ja, den Kraftpunsch. Gib Mario den Kraftpunsch. Und dann nächste Runde kannst du ihm nochmal den Kuss geben, damit er zweimal angreifen kann. Oh, das ist die Taktik hier. Das ist die Taktik. Und Stamm-Attacke! Juhu! Ja, das gefällt dir. Was war das? Neun Damage oder so? Acht, neun? Ah, Mann! Ich nervt. Ich habe halt schon vorher gedrückt, aber er hat sich aktiviert. Und ich will nochmal drucken, um zu sehen, ob es meinen Input annimmt. Und dann kommt er auszusehen im Falle im Moment. Ja, kompliziert für was auch immer. Ich laber. Der Kraftkurs lässt Mario einmal öfter agieren. Ja, genau das, was ich brauche, ne? Drücke B und A abwechselnd, wie angezeigt. Komm her, Mario! Wow! Danke so much! Juhu! Bam! Ja, Schatz, acht Damage, mach mal neun Damage, der so viel groß ist. Ja, es ist nicht viel anders, aber es macht schon noch einen Unterschied. Bam! Es ist nämlich schon bei 40 runter. Wir haben schon fast die Hälfte weg. Nicht ganz, aber fast. Ja, so sieht's aus. Uuuhu! Nee, Bowser. So lustig ist es jetzt auch wieder nicht. Und... Du gibst Mario noch einen Kraftkurs? Komm her, Mario! Mach mal ein Schmuzer, Schmuzer, Schmuzer! Mua! Die Schmuzer, Schmutschaf, egal. Egal! Attacke! Bam! Die Publikum hat's, glaub ich, gefallen, oder? Was sagt die Publikum? Yeah! Okay, jetzt wird's Zeit. Was, 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 was? Ist das eine Dose? Höh, verschwinde! Wie ist der da nicht gestorben? Na, egal. Ich glaub, jetzt wird's Zeit für einen Sternhagel. Oh, yeah! Oh, los geht's! Nein, hallo! Bin aus der Puste schon? Das kann doch nicht sein! Uuuh! Großer Mario hat's halt schwer. Oh, ich krieg'n Kampf. Ich krieg'n Kampf. Okay, andere Hand. Die kann's nicht gut. Nein, andere Hand. Ah, nein! Oh, Gott! Ich weiß, was was ist. Ich hab' keine Kraft mehr. So viel Argus beim Volte. Uuuh! Ich hatte vergessen, wie stark du bist, Mario! Ja, das glaub' ich dir. Mario ist halt ziemlich, ziemlich strong, musst du wissen. Hey. Uuuh! Wo soll's denn? Du bist doch mit meinem Team! Uuuh, schau' ich mal. Ja. Zielen kann dein Kollege wohl auch nicht, was? Dafür können wir dich platt machen! Oh, das war super. Das war richtig super. Das war super duper. Und jetzt... ...ist Geschichte! Nee, warte, ich mach' doch weniger Damage. Also, vorhin die neuen Damage waren das Doppelte. Was war ich da? 5. Okay, was das Doppelte? Fast. Hey, komponierter! Nein! Jetzt wird's klappen, ciao! Oh, Wasser. Okay. Danke für Wasser. Warum auch immer. Was auch immer das Wasser wir gemacht haben soll. Ähm, danke! So, jetzt reicht's aber mal! Ich glaube, es hat man! Uuuh! Ja, denke die es! Uuuh! Uuuh! Wie konnte ich nur verlieren? Puh, das war knapp, Mario. Aber denen haben wir jetzt gezeigt. Vereinen wir uns, damit die Prinzessin zu retten ist. Ähm, ja, also... Ähm, ja, Krusti, es ist wohl verschwunden, Mario! Ah! Ist das nicht Prinzessin Peach, da mehr? Ähm, das kann doch nicht sein! Ja, warte, bevor wir hinterher gehen. Jetzt habe ich tatsächlich mal die Chance und die Möglichkeit, mich zu halten und zu speichern. Zehn Münzen. Okay. Es tut zwar sehr weh, weil wir brauchen nur noch 10 Erfahrungspunkte für den Level-Up, aber... Ach, was soll's. Komm. Einmal gönnen tut auch nicht so viel weh. Genau, ich muss es einfach ansehen als ein bisschen gönnen. Na? Und jetzt bin ich gespannt. Was der denn mit Peach vorhat? Wo will der denn hin? Kennt ihr sich hier etwa aus? Oh, ich kann mal auch heilen, Leute. Stell dir vor, dieser Block wäre jetzt günstiger gewesen. Dann hätte ich mich aufgeregt. Nice, Ultra-Pilz! Einfach so geschenkt. Wie nett von ihm. Danke, Sabate! Der geht jetzt tief runter. Ich glaube, wir wären schon im Keller. Jetzt kommt der Keller vom Keller. Hallo? Wie lange geht das noch? Bist du hier mal kappelt, oder was? Oh, hi. Gelee Royale, nice! Wir kriegen richtig geile Eintens noch. Das will ich aber auch hoffen. Die habe ich nötig hier. Wie bedauerlich, Mario. Du bist ein wenig zu spät. Was? Was ihr da hinter mir seht, das ist der legendäre Schatz. Wirklich? Das sieht irgendwie aus wie ein Sarg. In diesem Schrein befindet sich die Anima des legendären Dämons. Des Dämons, der aus Geist und Willen einer mächtigen Hexe entstanden ist. Und eure Sternenjuwelen werden ihnen fesseln. Der Körper der Prinzessin wird der Seele des Dämons dazu dienen, die alte Hexe für mich zu erwecken. Deswegen hast du sie entführt? Das ist doch verrückt. Mario, da war ich dir diese Karte geschickt habe. Ach, verzeih mir, dass es so weit gekommen ist. Mit ihren Hexenkräften werde ich die Welt mit Leichtigkeit unterwerfen. Endlich ist es so weit. Die Welt ist mein. Also dann, erscheine in unserer Welt, Königin der Finsternis. Und dafür der Stab für den Zauber? Oh, oh. Da hat uns wohl jemand gehört. Böse Kerzen! Das gibt's doch nicht. Oh, hell no. Ist das der Dämon? Die böse Prinzessin! Die böse Hexe! Wie die aussieht, Mann! Das habe ich niemals unter diesem Äontor erwartet. Oh. Oh, 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 oh. Oh nein, es breitet sich bereits aus. Sogar Toadsworth ist dort. Wow. Chivami Timbers, Mann. Ich kriege richtig Gänsehaut. Ja, und die alle auch. Die haben alle Angst. Oh, was ist denn jetzt passiert? Werden das Licht ausgemacht? Ich glaube, jetzt werden alle in Angst und Schrecken versetzt. Wir jagen den allen Angst ein. Wir jagen den allen Angst ein. Alles unsere Schuld. bye-bye. Der Himmel. Oh nein, all unsere Freunde sind in Gefahr und ist nur wegen uns. Wir hätten uns nicht so reinlegen dürfen. Verdammt Was ist denn jetzt los? Der Himmel, es ist so finster Ein absolutes Chaos Ein Albtraum Wer wagt es? Wer verlangt noch mehr? Ich Du, na gut Hast du ein Gefäß Um ein Anima Dieses Mädchen dort Das junge Ding Scheint annehmbar zu sein Na gut Das wird so Nein, also Das kann doch nicht wahr sein Gleif mich, Alter Au Nein, das ist alles echt Das ist wirklich alles echt Hey Hilfe Oh Mann Oh, wow, wow, wow Bestimmt ist das dieser Weltuntergang Von dem immer die Rede war Oh mein Gott, nein Nicht jetzt schon Ich muss auch noch meine Sandung vervollständigen Vorm Untergang Äh, was? Was geht denn da ab? Oh, was brurcht Was war das denn? Es scheint etwas unfassbar Fürchterliches passiert zu sein Was Unfassbar Fürchterliches So kann man es ausdrücken Ist das der echte Gumbart? Meine Güte Ist denn der mal Aus der Legende Tatsächlich wieder Belebt worden? Das wäre ja Fürchterlich Ich gucke mir das mal an Erstmal näher kommen Ist jetzt Peach Wirklich verwandelt worden In ein Oh nein Tatsächlich Oh She is such a bad Peach though Oh Mann Ist schon hübsch Es ist die falsche Peach Ich muss Ich darf ja nicht dran denken Da bin ich wieder Korb und Anina Passen noch nicht richtig zusammen Aber ich werde mich schon an den neuen Körper gewöhnen Der Prozessin Peach ist Also dann Erledige diese Kreaturen für mich Meine Königin der Finsternis Erwagt es mir Befehle zu geben Für was hältst du dich Erbärmlicher Wurm Was soll das? Du hast dem zu gehorchen Der dich wiedererweckt hat Also wage es nicht Mir zu widersprechen Unterwirf dich meinem Befehl Sonst werde ich dich dahin Zurückschicken Wo du herkommst Hüte deine Zunge Wurm Und du hast es nicht Mir Befehle zu erteilen Komplett ausgelöscht Doch habe ich wohl nicht Meine vollständige Kräfte Wiederhergestellt Aber darauf kann ich Jetzt keine Rücksicht nehmen Mario Ja Mario Ich finde sie auch ziemlich hübsch Ach das meinst du gar nicht Na egal Was war das Mario? Eure Majestät Die sind immer noch am Leben Ihr seid zurückgekehrt Meine Königin Brunnelda Viel Zeit ist Vergangen seit unserem letzten Treffen Also gut Ihr habt mir also geholfen Zurückzukehren Ja Wir haben dieses reine Herz Als Domizil Für eure Annehmer gesucht Und wir haben die Lüge verbreitet Es gäbe einen Schatz Auf der Jagd danach Haben wir diesen Narren Die Sternjubel vereint Und das Siegel erbrochen Du zur Arbeit Aber Majestät Sind wir euren Slobis denn würdig? Brunnelda Wer sind eigentlich diese Figuren dort? Jedenfalls sehen sie verwegen und kräftig aus Hey Jida da Wenn ihr meine Diener werdet Verschulde ich euch Was tun wir mal Wir werden doch nicht Eure Diener Dienen Will ich hier dienen? Also ich weiß Es ist schon verlockend Ich will eigentlich Na Vielleicht Okay Kubrida hat für mich Den Zeiger nach oben gemacht Also gut Ihr wollt den Hässe auch nicht beugen Ungewöhnlich Wenn es so ist Macht euch bereit Für meine Vergeltung Okay Let's go Bosskampf gegen die böse Peach Die besessen wurde Vor einem bösen Dämon Welche Torheit Meinen Zahn so leichtfertig herauszufordern Diese Torheit Werdet ihr mit eurem Leben bezahlen Mario Wir müssen diese Hexe vernichten Sonst wird die Welt Das ist nicht mehr die Prozessin Greifen wir hart an Ich weiß Du wirst niemals irgendwas über sie wissen Aber kannst du trotzdem kurz ein bisschen analysieren? Vielleicht irgendwas herausfinden? Bitte? Was für eine Eine Macht Die von Peets Körperbesitzer greift Das ist die Königin der Finsternis Sie ist der legendäre Dämon Der die Stadt vor langer Zeit vernichtet hatte 150 Kp Wow Neuer Rekord Sie im Angriffskraft Keine Verteidigung Vorsicht vor ihren Blitzen Der Dämon kann auch Magie einsetzen Oder seine Kp absaugen Und Astrid wird uns die Königin der Finsternis Ins Reich der Schatten saugen Auch wenn sie in Peets Körper steckt Du musst sie unbedingt aufhalten Das ist nicht mehr Peach Also darfst du keine falsche Rücksicht nehmen Wow Einfach nur Wow Keine falsche Rücksicht Schlagstück so vor Wir sollen jetzt einfach drauf los Das so gut funktioniert Bin mir ja nicht sicher Na guck ich schätze Wir greifen das mal an Mal jetzt mal ein bisschen Damage Schau mal wie es weiter geht Ja not bad Er hat ja keine Verteidigung Was gut ist Er hat nur ganz ganz viel Kp Und Stark Attacken Wie es scheint Oh Das ging schnell der Blitz Warte ok Ist normal bei Glitzen Aber trotzdem Ähm Gib Mario mal Einen Kraftpunsch Ich hab jetzt die Taktik Ich lade meine Sterne Auf den ganzen Kampf lang Und irgendwann Ist ja alles frei So wir haben uns gebaft Und jetzt Grabe ich weiterhin mit Stammattacken an Bam Boah 14 Schaden jetzt Nice 15 15 würde unsere stärkste Sterne Energie Also Kraftpunsch lohnt sich Äh So was ähnliches So hat den Stern Oder wie auch immer Das hieß eingesetzt Sie hat jetzt plus drei Verteidigung für drei Runden Und plus drei Verteidigung für drei Runden Ok zwei Runden Aber trotzdem Wow Ähm Nicht gut Was machen wir jetzt Äh Ich schätze Einen Kraft Kuss Mario Vorbesterben Ich liebe dich Danke Aber Ich weiß nicht Ob ich so viel Schaden machen kann Vor einer von uns hier In diesem Kampf Drauf gehen wird Ja genau Jetzt macht sie natürlich Ihre Verteidigung Egal Was soll's Unser Schaden ist trotzdem Über 8 Sie ist jetzt schon Bei Irgendwas 100 Also ist schon Ziemlich weit unten Da ist sie Die echte Die echte Hexe Ey Wie viel Schaden macht die Bütze Was zur Hölle Oh my gosh Das ist echt krank Was hier abgeht Sehr gut Ein weiterer Angriff Aus der Luft Von den Lüften Wie lebt man sie noch Oh Mit dem nächsten Angriff Wenn ich einen guten Heim Das sollte ich Yes Bam Es gäbe glatt 100 Leben Also ein Drittel haben wir Wow Leider können wir sie nicht einfrieren Schade Kein Bingo Schade Hey Zehn Schaden auf einmal Was soll das Sie macht ja immer mehr Ich hoffe ich habe auch ein Lebensbild Aber sollte ich Ja Sie ist verwirrt Sie ist verwirrt Das ist sehr Sehr Nützlich Die Mare geht nur nach vorne Das ist noch ganz viel Leben Jetzt für K.A.P. Vielleicht benutze ich Mare zum Aufheilen Mit seinen Sternen Energiepunkten Was haben wir denn noch so nützliches Haben wir überhaupt irgendwas Also ein Lebenspilz Habe ich auf jeden Fall noch Sehr sehr geil Und sonst habe ich halt nur noch BP Heilung Was ich Habe ich gesagt Auch jetzt gleich bräuchte Hm War mit dem Multikopfnuss Okay Nice Schön Unter 90 Und Stopp-Attacke Ja Nächste Runde War ich dann ein Gelee Royale Irgendwie sowas Irgendein BP Heil Item Wäre gut Ah Mist Hab ich Comprie nach vorne gelassen Nein Bitte nicht sterben Oh Geschlagen Wie konntest du mich besiegen Wie besiegen Was meinst du Aber deine Kräfte Hat dich ja Auf den ersten Blick erkannt Langsam wird mir mein Körper Etwas vertraut Es ist Zeit Meine wahre Macht Zu demonstrieren W-What Was soll das heißen In dieser Gestalt Ist euer Angriff Für mich kaum schlimmer Als ein Mückenstich Seid stolz Dass ihr mich Vor eurer unvermeidlichen Niederlage Hierher gebracht habt Ha 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 What the hell